Willkommen zurück, meine hochverehrten Zuschauer, zur nächsten Multiplayer-Stream-Fraktionsumfrage. Der nächste Stream findet am Samstag dieses Wochenende um 20 Uhr statt und natürlich wird wieder euer Feedback in den Kommentaren herangezogen, um zu entscheiden, zwischen welchen Fraktionen ihr wählen könnt. Ich habe hier beim letzten Video nachgeguckt, welche ihr euch gerne wünscht. Ex-Menschen kamen beim letzten Mal dran und Mr. Starkiller hat sich sogar zum Geburtstag gewünscht. Insofern ist alles perfekt für ihn gelaufen. Ansonsten sind die anderen Fraktionen, die hier gewünscht worden sind, Breton, Imperium, Grünhäute, Hochelfen und Waldelfen. Und dazu, beziehungsweise von diesen fünf Fraktionen dürft ihr euch eine aussuchen. Also, falls ihr andere Fraktionen sehen wollt, die bisher noch nicht in den Streams gefokust worden sind, schreibt sie gerne hier unter das Video in die Kommentare und stimmt fleißig ab. Und wir sehen uns dann morgen beim Stream. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.